Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zombrader mit dem Project Ozone 3 Modpack und dem Spucki. Und der Sandy, hallo. Hallo, wir sind wieder in Landia, wie ihr sehen könnt. Die letzte Folge haben wir ja das Portal geöffnet und sind schon mal ein bisschen hier schnupperweise her. Wir suchen ja immer noch Black Quartz. Oh, da ist weg der rosa Fuzzi. Na klar, ist das Deespont, oder? Ja, denke ich mal. Oh, da hinten ist ein Pilzbiom. Da will ich nicht hin. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe nur ein Skelett und die haben auch eine weite Range hier. Ja, mittlerweile insgesamt haben die so eine arschweite Range. Oh, da kommt was. Vielleicht droppt der das Schwert, das habe ich nämlich auch schon bekommen in einer anderen Folge. Warum fehlen meine Teile einfach? Ich weiß nicht, warum meine Feile so blöd fallen. Hä? Die fallen einfach vorne runter, vielleicht liegt das an dem Back. Warte mal, in der Second Hand. Second Hand, Back, mach ich mal weg hier. Irgendwie droppen die einfach die Feile. Lol. Gut, aber wisst ihr, wo unser Loch ist? Unser Farming-Loch? Wieso schießt er auf mich? Ne, das ist das Skelett schon dort hinten. Ja, wieso schießt er auf mich? Denn du hast ihn noch angegriffen. Nice, also jetzt geht's wieder. Scheint Vögelchen weggelegen zu haben. Hat der... Irgendwas hat der, äh... Getroppt? Ne, nicht getroppt. Knochen habe ich. Achso. Oh, der hat mich eingesponnen. Blöde Mistvieh. Weißt du, wo unser Farming-Loch war? Ah, ich hab seinen Kopf, hab ich gespawnt. Ja, weiß ich. Gespawnt hast du ihn bestimmt nicht. Dann zeig mal das Loch. Gott. Let's go. Du leckst ganz schön. Du bleibst immer stehen. Deswegen war das eben auch wahrscheinlich mit den Pfeilen so, weil das Internet wieder Weltklasse ist. Ja, okay. Da hinten ist der Rosaner. Der kommt auf uns zu. Oh. Ich geh mal näher ran. Aber die ist nicht easy. Der hat mich gedroppt. Das ist ein Arschloch. Blöde Potze. Okay, dann lass uns in unser... In unser... In unsere Mine gehen. Ja, genau. Hm. Die ist doch Black Quartz, eh. Typically, type-type-type-type-type-type. Da hängt... Ah, da hängt so ein grüner Pastell oder so. Ja, die braucht man auf. Gibt es im... Ich glaube, vier oder fünf verschiedene Farben bibs davon. Und ich würde sagen, da drüben ist Diamant. Oh, jetzt müssen die vorunter. Crystal Cluster. Was machst du denn da? Ich hab ihn mal unterbaut. Lol. Fünf Green Crystal Charts hab ich. Ja. Schön. Wir wollen doch da in die Mine. Da hinten sehe ich jemanden. Da sind die Diamanten. Hängt die allerlei Zeug daran an den Wänden, wo ich nichts zuordnen kann oder kenne. Das ist ausmähmung, glaube ich, da drüben. Aber Black Quarzweg nicht. Ich seh normale Quarzweg da hinten. Was ist denn das Grüne, was da unten rumhängt? Da direkt unten drunter. Ich weiß ja nicht. Sieht aus wie Ender-Zeug. Oh, da hinten ist irgendwas gelbes in die Wiese und Gift rumgeflogen. Willst du dich noch weiter runterbauen? Ja, ich will nur gucken, was das Grüne da ist. Corallium Ohr, ja. Jetzt kannst du abbauen, wenn es geht. Wenn du es abkommen kannst, brauchen wir später. Und da gefallen, ja. Ja, Transmeld. Erfolg bekommen. Aber ich sehe nirgendwo so Black Quarz. Das ist noch ein bisschen Corallium Ohr. Was ist denn da nun, Diamant oder Emerald? Corallium ist der. Das sieht aus wie Diamant oder Emerald. Okay. Und hier habe ich Kellien Ohr, das so Regenbogenfarben ist. Das können wir glaube ich nicht abbauen. Ne. Soll ich jetzt da runterkommen oder was? Warte mal, ich komme nochmal hoch. Ich habe nur gerade geguckt, was das für ein Rotz ist alles. Da ist noch mehr. Ah, ja, super. Da hinten. Da ja nochmal Haufen Zweig in der Schlucht drin. Das sind auch diese lildernden Pilze und blaues Zeug und irgendeine Quarzform. Prospectory Ohr ist wieder. Hier bin ich hier oben. Okay. Soll ich runterkommen oder was? Das kannst du machen. Warte mal, ich gehe noch einmal hier hoch. Weil da ist noch irgendwie Friskchen Ohr. Was? Friskchen Ohr. Kein Wort verstanden. Ich weiß auch nicht, was das ist. Friskchen Ohr heißt das. Ich komme jetzt runter. Das kann ich aber abbauen. Das sind auch so Regenbogenfarben, aber in grün oder so. Oh, da drüben ist Inferium Essenz an der Wand. Okay. Das könnten wir hier brauchen. Das brauchen wir später für... Wir kommen jetzt runter. Granit schmeiß weg. Da drüben ist wieder so ein rosa Blitz-Ding. Ja, genau. Ah ja. Creeper ist auch da. Und da unten ist noch einmal Bundeszeug. Das ist mega anders. Woher kommen will ich hin? Wok Crystal. Die kannst du auch mitnehmen. Brauchen wir auch. Wir brauchen alles. Merke ich gerade. Nee, wir brauchen Black Quartz. Wow. Was denn? Das blitzt auf, wenn man es draufhaut. Das ist wie so ein Lichtblitz. Kannst du auch mal eins abbauen? Was bist du denn überhaupt? Oh, oh. Auf mich schießt er. Pfff. Ich bin voll weggeschossen. Der hat was getroppt, aber ich glaube, das liegt in der Lava. Hier oben sind glaube ich auch noch Rock Crystal. Was ist das? Prosperity. Da hast du noch deine Fackeln hingeklatscht. Und das jetzt, warum kann ich das nicht mitnehmen? Ist schon ein Voller, oder was? Alter, ach, Rock Crystal. Boah, lag. Das verbraucht jeweils ein... Ich weiß, das kenne ich vorhin. Da unten ist ein Skelett. Ich weiß, das kenne ich von Kratzwurst. Ja, ich muss... Stacken. Ja. Gibt mir viel. Ich habe das mal alles in den Back, das Rock Crystal. Oh, ich habe Rose Silikon. Weil die haben verschiedene Werte, die Steine. Okay. Oder hat er gerade weggeschmissen? Äh, irgendwie nicht. Clay? Nee. Ich glaube, ich habe es wieder aufgesondert. Ah, nee, Osmium-Ohr. Achso. Soll ich da jetzt runterkommen, oder was machst du da? Ja, ich gehe jetzt weiter runter. Hier unten ist nochmal Thorium-Ohr, weil hier ist überall so buntes Zeug. Harvest Level 7. Ah, das ist das Keline. Das kann man noch nicht machen. Versuch mal den... Da haben wir noch nirgends Black-Quartz gesehen. ...Kripa zu snipen. Was ist das? Titanium. Oh. Das ist auch gut. Ah, jetzt bleibt er natürlich stehen, wo ich ihm in den Laufe... ...da. Ja, ich habe ihn. Was ist denn das schwarze... ...äh, das rote da? Das sind Steinchen. Irgendwelche Steinchen. Ups. Schwimm doch mal da hoch jetzt, du Arsch. Ja, wir gehen noch in die Lava rein. Ruby-Ohr. Ah, ja, das hatten wir auch schon mal. Ja. Das da oben ist grüner, will ich. Das ist das Infernal-Zeug oder so, ne? Inferium. Ja, genau. Warte mal, ich hole mal noch da hinten. Ah, scheiße. Der Drop war nur seine... Garfax-Ohr, der kam mal mit der Kobalt-Spitze gehabt worden. Seine EP liegt da, er vom... ...Kriep, äh, vom... ...Explosiven Hano. Wir hätten uns einen Eimer mitnehmen sollen. Ja, echt mal. Positioniere das mal hier. Oh, da war doch was drin. Was habe ich denn gefunden? Ah, Tungsten-Ingott. Ja, ist auch ein normales. Okay. Ist auch nichts Besonderes. Habe ich aber direkt als Ingot gefunden, ne? Das hatte, glaube ich, der... ...der Freak dabei. Ja, ich nehme mal die Quart mit. Hafens-Level-Kobolt. Garfax. Da habe ich die eben schon abgebaut, das kann ich ja abbauen. Das geht mit der Pick-Axt, ne? Ja. Hier sollten wir ausleuchten. Ja, wo habe ich meine? Das war da oben, habe ich die... Aber nirgends wo Black-Quartz, ne? Ne. Ist das Red-Gimmering-Mushroom? Dawn und Prosperty-Ohr. Botania-Zeug ist das hier. Da brauche ich Botania-Zeug. Hier ist doch Inferium. Ja. White-Gimmering-Mushroom. Osmium-Ohr. Ich gucke jetzt einfach mal durch, was hier so ist. Was ist das? Da guckst du, siehste, der gelbe Giftnebel da. Keine Ahnung. Da war er gerade. Wo kommt denn das her? Weiß ich nicht. Frischen-Ohr. Ist das das, was ich schon habe? Ich glaube ja, das ist das, was man abbauen kann. Da ist eine Giftfalle oder sowas auf dem Boden. Okay, da unten haben wir wieder Ohr, das wir nicht abbauen können. Raschlin-Ohr. Da ist schon wieder Gas. Ja. Da sind zwei Dinge auf dem Boden. Das sind so Gasdrüsen. Jetzt nicht mehr. Ja, die ist auch weg. Die haben aber was gedroppt. Sulfur, ne? Ne, Liver of Sulfur. Ah ja, Liver of Sulfur, okay. Cool. Ich sehe nirgends noch Black Barz. Hier ist ein Waypoint oder so. Achso, da sind wir unter uns war Dings wahrscheinlich. Ja, hier ist ein Rachlin-Ohr wieder. Da oben ist Inferium. Da ist was Schwarzes oder was Dunkles. Saphir-Ohr. Okay. Mach ich mal kaputt hier der Rachlin. Die wilde Grüne da. Genau, hier ist noch mehr Grünes. Und dahinter ist auch was. Aber kein Black Barz. Tanksten, das habe ich auch schon. Overworld-Quarz-Ohr. Ja, ist jetzt weißer. Ja. Genau, und Rock. Ah, da oben ist wieder Rock-Kristall. Was ist denn das hier? Wound Marble. Oh, wir haben eine Ruine gefunden. Oh, und Giftgas. So, bau ich wieder ab, das Giftgas. Weg. Ja, hier kann man in die Ruine rein. Ich glaube, das ist die, wo kann das sein, dass das die ist, in der wir waren und es hochgebaut haben. Ne, ist eine andere. Hey, hier oben sind da... Oh, jetzt habe ich nur so eine Rock-Crystals eingesammelt. See-Laterne sind hier oben. Ja, ist von Astrid Sorcery, denke ich mal. Hier ist ein Gang übrigens, den hast du übersehen. Wo? Ich glaube, hier in dem Ding, guck mal, das ist ein Koppelgenerator, zeig dir mal. Ah, okay. Das ist das, was ich gemeint habe. Ach so. Ach, cool. Lol. Da oben sind nämlich die See-Laternen. Ja, ja, du darfst nicht abbauen. Wieso nicht? Weil sonst geht der Koppelgenerator kaputt, Mann. Ach so. Aber vielleicht ist ja Black-Quarz hierbei. Ja, das kann ich mir eigentlich cool sein. Ja, nicht schubsen. Ich hätte fast den Pillar abgebaut. Kein Black-Quarz. Komm, ich kippe mal was, wie verschiedene Erzterteile. Oh, die blöde Bledermaus. Verschiedene Kim Black-Quarz. Können wir ja nicht alt einsammeln hier. Nee, echt mal. Einen Teil schmeißen wir eh weg. Goldohr von Erebus. Aluminiumohr kann weg. Ja, genau, Goldohr habe ich auch. Copper kann auch weg. Uranium behalten wir mal. Kohle kann auch weg. Wissen Sie, warum ich so viele Pilze habe? Ja, wir hätten mal Bede auf dieselbe Seite schmeißen sollen, das Zeug. Das sammelt ihr, erinnert nämlich beim Raussehen wieder ein. Ich wollte mal bei dem blauen Zeug gucken hier. Garfax. Ach, das haben wir doch schon. Liver of Sulphur stackt auch nicht miteinander. Was, stackt nicht miteinander? Liver of Sulphur. Ja. Ich glaube, hier ist auch so ein Kobbelgenerator. Okay. Ich will noch wegschmeißen, Granit noch wegschmeißen. Das ist so normalerweise leer, außer dass ich da Dings habe. Was futtern. Upsa. Ja. Die Dinger sehen geil aus. So, wo gehen wir denn hin? Ich würde sagen, hier oder? Die Mina entlang, oder? Ja. Hier geht zwar auch weiter, aber... Können auch da mal lang gehen noch. Hier sind noch mehr Rockcrystal. Ich glaube, noch mehr nehmen wir aber nicht mit. Nein, wir können die ja auch mal liegen lassen. Dann können wir ja immer noch mal holen. Hier geht's auch weiter. Oh, ja. Ich mach mal nochmal auf. Oh, fackeln, da hab ich auch nicht mehr so viele. Was? Du hast es da über 40 Stück? Ich hab ja draußen schon abgesichert, wo wir... Was bei uns sind. Ich komm hier nicht hoch. Oh. Was denn? Creeper! Aua, sogar ich hab Schaden gekriegt. Ich hab einen Stein vor seine Fresse gestellt. Der hat den Koppelgenerator kaputt gemacht. Rixau. Da geht immer noch der Koppelgenerator. Hat er wahrscheinlich keine wichtigen Teile abgebaut. Naja. Das sind die Laternen. Was ist denn das hier? Artorium, oder? Artorium, wieder. Warte, nehm ich. Artorium, Infernium, Prosperty. Artorium. Ich hab ja eigentlich zum Hochbauen hier. Was ist denn da hinten? Ach, das sind wieder Gasfallen. Das ist schon cool gemacht, dass hier so ein bisschen so... Ja. ...Zeug so ist. Was haben wir denn da? Raphaelien. Was ist denn das? Das ist ein gelber stinkender Pilz. Wo sind die Gasfalle? Ich seh sie nämlich gerade nicht. Oder ist das die Gasfalle, dieser Yellow Shimmering Mushroom? Nein. Und da ist nämlich keine. Aber da war eben Gas. Ist aber nicht der Pilz. Okay. Der ist auslärm seiner Mod. Oh ja, ein bisschen Kohle. Hier Inferium. Da ist die Gasfalle, da unten. Ah, okay. Ich glaub ich hab ein Skelett. Hast du Holz? Äh, ja. Sticks hab ich. Gut. Ah ja, da ist die Gasfalle. Was hast du denn links? Ah, na okay, wir können uns ja eh porten. Was war da oben? Ist noch Thorium. Ist ja auch noch da oben drauf gelandet. Beryllium Dust hab ich irgendwo herbekommen. Keine Ahnung, wo ich das plötzlich herhabe. Ich bin aus Kohle. Ah, okay. So, 37 fackeln wir hier am Start. Black Quartz, warte mal, ich guck mal, wo, welcher Höhe sind wir denn? Guck mal, ob welcher Höhe Black Quartz sein könnte. Ja, ich leuchte mal gerade hier ein bisschen die Umgebung aus. Was ist denn das hier? Lime Shimmering Mushroom? Okay, ich hab so viele verschiedene Mushrooms. Black Quartz, oah. Gasfallen. Gibt's hier gar keine Anzeige, auf welcher Höhe. Doch hier 0 und 45, na toll. Welcher Höhe waren wir? Wir sind 25. 20, okay. Silikon-Ohr. Lol. Peridot-Ohr. Keine Ahnung, was das ist. Ist auch nur ein Steinchen. Können auch abbauen. Uh. Ich dachte schon, es wäre Black Quartz, weil es so schwarz ist. Da gibt's dieses, äh, Raw Silikon. Black Quartz sieht auch so ungefähr wie hier, die Oberworld-Quartz-Ohr, aber in schwarz. Ja, okay. So, so, schwarze Perle. Was da, was haben wir denn hier? Bäumchen und Fischken-Ohr wieder. Holen wir auch nochmal mit. Boah, hier sieht es aber auch schön aus. Es ist ja ein bisschen Lava und ein bisschen Oakleafs. Hier ist ein Baum in der Höhle, ja. Luli. So, da oben ist Quartz. Zertus-Quartz. Alter, das hier sieht aber schick aus. Ist ja so richtig, äh, Untergrund-Dingswomens da. Du hast hier was übersehen, das Korallium. Nee, nee, das warb ich. Warte, dann baue ich mal ab, weil ich hab's glaube ich auch noch nicht den abwägt. Na doch, hab ich. Das hab ich gesehen, aber ich hab's noch mal kurz liegen lassen. Warte einfach mal erstmal gucken. So, hier ist ein Cyan-Shimmering-Mushroom. Also, ich hab so viele verschiedene Mushrooms gleich im Gepäck. Kein Plan. Weiß nicht mal, wo du bist. Ich bin hier durch den komischen Seitengang da. Ja, genau. Liegt noch ein Mushroom. Ich bin der Pilz-Sammler. Rock-Crystal. Hallo. Na danke, dass du den Stein noch mal vor die Fresse baust. Ja, hier ist nix. Hier ist nix. Da oben, was ist das? Titanium-Ohr. Okay, dann kümmern wir mal eher. Also hier oben ist nix. Hast du was? Warte mal, hat das hier? Ein bisschen ein Neat. Diamant. Okay, was ist denn das? Oh. Das kann ich abbauen. Und n Haufen Gegner. Da unten, oder? Ja. Spinne sehe ich schon. Und ähm... Blatt. Zombie hab ich tot. Das Genet macht gerade... Ah, das Tanz, den Tanz des Todes. So, jetzt tot. Das ist die Spinne. Oh. Ja. Okay. Trottel. Das Gleit hat seinen Kopf getroppt. Abyssalny ist auch hier. Das Abyszeug. Ich will Black-Quarz. Aua. Bist du mir gerade auf dem Koffer springen? Nee, bestimmt nicht. Ich hab den ins Gesicht gefurzt. Was ist denn das da hinten? Das leuchtet so... ...krass blau. Ein Pilz, wollte ich sagen, oder? Ja. Ich mach mal kurz das hier weg. Ich muss mal was reinmachen. Oder nicht das, was ich gerade abgebaut habe, ne? Weiß ich nicht. Dann da hinten auf der anderen Seite. Hab ich was gesehen. Das leuchtet so... ...saphir... ...farben. Und das Cravel. Cravel brauch ich auch nicht. Ich weiß, ob das hier den Scheiß hier weg... ...nach hin will noch mehr Pilze, Alter. Pizza. Cravel. Kann nett. Da sind wir jetzt wieder eng, ey. Dann ist ein Rotz. Steine. Stacksteine brauch ich nicht. Yo. Torch-Ceteros behalte ich mal. Gut, okay. Dann können wir mal gucken, was das dort ist, was ich dort gesehen habe. Uh, was ist denn das? Titaniumohr. Okay, das leuchtet auch ziemlich krass. Kannst du mitnehmen. Aber das habe ich schon. Da oben. Ah, das ist tatsächlich ein Pilz, aber der leuchtet ganz komisch. Jetzt war weg. Da liegt er. Chloe Mushroom. Einfach nur Chloe Mushroom. Müsste von Botania sein, oder? Ich glaube, ja. Die sind... Ne, von Random Dings. Ach so, okay. Was? Random Dings? Random Dings. Dingens, do. Und das hier. Titanium. Das nehmen wir auch mit. Tangstenohr, oder? Das machen wir halt Tangsten. Das, was du gesagt hast, ist ziemlich Standard, ne? Ja, besonders. Nichts besonderes. Keine Linen können wir auch nicht abbauen. Warum gibt es hier keinen Black Quarz? Ey, das ist doch doof. Das kriegen wir halt ja nie. Ich gucke mal da oben gerade noch in den Gang rein, da komme ich wieder raus. Das war auch nichts. Ne. Quarz, Oberworld Quarz. Vielleicht müssen wir wirklich noch tiefer. Ne, hier ist gar nichts, Quarz-mäßig. Ach, ich komme wieder raus aus dem Gang. Ui. Das ist nix. Hier können wir ja noch tiefer gehen. Da ist noch eine Falle. Oh, und Lava. Ich lasse den Scheiß jetzt fliegen und kann nicht Platz mehr dafür. Silikon. Ich sehe hier aber nichts. Hier sind wir jetzt direkt über der Lava. Wir hätten aber wirklich einen Eimer gebraucht. No. Thorium. Ich sehe nix. Ja, super. Wir kommen hier im Lava-Loch. Kohle. Was ist denn da? Ein Loot-Bank? Da muss irgendwann die Storm sein, will ich einen Loot-Bank aufbinden. Auf der Kohle drauf. Ach, lol. Na, guck. Hier. Da drüben, bei der Kohle. Oh ja, da liegt er auf jeden Fall. Ja. Ach, lol. Cool. Ist er brennend rausgerettet oder was? Und dann... Ja. Ich will Black Quarz. Sieht aber wirklich schlecht aus. Ja. Kann aber hier auch kaum noch mal laufen, ey, weil irgendwo Lava ist. Na, hier geht's doch hoch. Ja. Dann ist mal wieder da, wo wir waren, ne? Pass auf, da ist eine Falle, wo du gerade stehst. Ja, ich sehe es. Ausgefallen. Oh je. Da ist auch ein Loot-Bank, guck mal. Oh, pass auf, hinter dir. Zombie, Crabman, Mini. Wo sind wir? Ah, der ist so klein. Trotzdem nicht. Noch einer. Zack. Ab mit dir, Arschloch. Oh, der hat mir Tomato-Wein auch gegeben. Kann man Tomaten pflanzen. Nice. Das ist ja ein Lila, ein Loot-Bank. Ist bestimmt von den Viechern, die du abgeschossen hast. Ah, das könnte sein, eventuell. Da hinten ist auch noch Falle, da waren wir nicht in der Richtung. Ja, da unten ist das Blau. Jetzt sieht man das Blau. Oh, da unten lauert ein Kübe auf uns. Tschüss. Oh, unten Landlord oder wie auch immer die heißen. Lila nennen. Alter, was hat denn der mir für eine Krankheit beschert? Jedenfalls verlierst du life. Ja, jetzt nicht mehr. Ich glaube, der hat mich verwittert oder so irgendwas. Das wäre zu schnell gewesen. Aber sowas ähnliches war das. Was hat denn der verloren? Einen gelben Juwel. Ah, grünen, meine ich. Und das ist ein Emerald. Achso. Trottel. Sieht hier so ein bisschen anders aus. Okay, Lienohr. Oh, da ist eine Falle im Wasser. Ich hab's ja weggemacht. Oh, jetzt sind wir aber hier am Quarzloch. Äh, lass mich hoch. Noch eine Falle. Eck. Boss, bitte. Ohr, Quarz. Nee, Rockkristall ist das. Kein Quarz. Oh, was denn das? So da? Ja. Oh, Lightblue, Shimmering, Mushroom. Das ist schön. Das ist doch kein Quarz. Das ist Botanien immer mit. Brauchen wir. Fehle Informationen. Ich hab viele von den Mushrooms auch dabei. Ich hab kaum noch Platz, ich muss jetzt mal gucken. Ist irgendwie gar nichts. Blackkristall gibt's gar nicht. Blackquarz. Nicht Blackkristall. Industrial Grade Graphitoar. Lull. Silikonohr. Ja, ich glaub Silikonohr hab ich ja noch. Dann kann ich was mit holen. Du bist Null an. Ich bin über dir. Noch ein bisschen Kohle. Ich hab schon wieder nur 9 Fackeln. Hm. Blöd. Ja. Vielleicht müssen wir weiter runter. Ach so, die Kohle glaube ich nicht. Wo sind wir denn? 18. Das könnte natürlich sein. Ja. Ich hab diese Laszli-Uhr. Komm ich hier raus? Oh, ey, hier gibt's so viele geile Mushrooms, da könnte ich mir das ganz segmentar holen. Das meiste davon ist von Botania. Magenda Shimmering Mushroom, ey. Das ist auch von Botania. Ja. Ich kann das Zulfur wegschmeißen, ne? Das brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ne, haben wir. Ach, ich hab aber noch ein Iron-Oar. Das muss ich auch wegschmeißen. Iron-Oar. Tschüss. Kohle, 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 Osmium. Ja, jetzt kommen wir eigentlich eher nochmal so in die Richtung, wo... Was es nix mehr gibt, ne? Ne, vielleicht müssen wir weiter nach unten, oder? Ja, 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 würde ich auch eher sagen, eher nach unten dann. Dann bauen wir uns hier runter. Hier? Ja. Aufs Bedrock runter, weißt du? Ja. Dann könnten wir auch gleich die Folge beenden. Ja, dann beenden wir erst die Folge. Bauen wir uns mal hier ein, dass sonst nichts passiert. Ganz viel Koppel dabei. Oh, was soll das jetzt? Bin ich jetzt weggeschmissen? Keine Ahnung. Irgendeinen Mist bekommen. Das brauch ich hier unten eigentlich gar nicht. Ich brauch gar nicht mitzunehmen. Aua. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Und wir hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Jumper, da. Könnt ihr gerne Tipps in den Kommentaren schreiben, wo wir Black Quartz finden, weil irgendwie, äh, Kratos hat gesagt, hier müsste eigentlich Black Quartz sein. Aber wir hatten bis jetzt noch kein Glück. Aber wir haben auch noch nicht an normale Ärzte teilweise gefunden, wie Gold oder so. Deswegen, oder Redstone, wenn wir noch nicht weit unten sind. Vielleicht ist Black Quartz tiefer. Mal gucken. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Genau, macht es. Und dann, ähm, hoffentlich das nächste Mal wieder dabei bei Zombrader. Mit der lieben Sandy. Und dem Spooky. Bis dahin. Bye. 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 Tschüss. Erstmal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020